hallo zusammen in meiner italienischen schweizer und internationalen küche heute machen wir was ganz spezielles wir machen arancini siciliani ihr denkt was ist das sind das orangen nein das sind reisskugeln eine art auf art wie man sie in catania macht und eine wie man sie in palermo macht die zwei städte sind riesenrivalen und der arancino catanese ist männlich hat auch eine spitze das werdet ihr sehen und die arancina palermidana aus palermo die ist rund um die zutaten sind ähnlich aber eben nicht ganz und sie schmecken eben unterschiedlich und die zwei streiten sich seit ewigkeiten welches das original rezept ist ich muss sagen mir schmecken beide mir schmeckte das aus palermo ein bisschen besser aber nur aus dem grund weil ich tomatensauce nicht so gut ertrage ich habe rheuma und da sollte man tomaten und tomatensauce und so eigentlich vermeiden und weil man beim arancina palermidana braucht man ja safran für den reis das hat mir gut geschmeckt und zudem habe ich ein nicht ein maschinchen so ein plastik teil geschenkt gekriegt von meinem mann zu weihnachten das zeige ich euch gleich und mit dem kann man super gut die arancine formen und also das teil habe ich auch gebraucht um die arancina zu machen das weibliche weil der arancino catanese hat ja eine spitze und wenn ich das die arancina palermidana macht habe ich einfach dann alles zusammengedrückt und eine kugel geformt ihr werdet es sehen es ist ein bisschen verrücktes rezept es geht um die rivalität zwei städte übrigens in trapani macht man das den arancino oder der arancina wieder anders und die messina auch aber die haupt darsteller hier sind jetzt catania und palermo ich grüße euch alle sizilianer ich hoffe ihr werdet nicht böse wenn es nicht hundert prozent ganz genau ist so wie ihr zu hause gewohnt seid aber ich habe gesehen dass jede familie macht es wieder ein bisschen anders und ich habe mich bemüht wirklich das rezept so original treu wie möglich bei zu behalten und es euch auch zu erklären weil selbst viele italiener wissen das nicht okay tschüss zusammen viel spass tschüss also leute das ist ein arancinotto den kann man auf amazon finden und der wird in sizilien gemacht ich finde doch wichtig dass man das unterstützt das ist ein arancino arancino slim apunta 160 gramm aber wir fangen zuerst an den reis zu kochen ich habe von scotty den reis gekauft für arancini aber man kann auch riso roma oder anderen reis nehmen dann habe ich butter gebraucht bouillon gebraucht und was ihr aufpassen müsst für die arancina braucht ihr safran und für den arancino gadanese braucht ihr tomatenmark dann tue ich in jede pfanne 10 bis 20 gramm butter rein da könnt ihr machen wie ihr wollt und einfachheitshalber nehme ich immer die tasse also eine tasse für jeden topf links haben wir für den arancino gadanese und rechts ist für die arancina palermidana dann habe ich das kurz ein bisschen angedünstet müsst ihr aber nicht machen braucht ihr nicht zu machen ich habe es jetzt nur so gemacht einfachheitshalber damit ich den reis zuerst drin habe und nachher das wasser hinzufügen dann wasser dazu und das ist immer so ein teil reis zwei teile wasser also wenn ihr eine tasse reis braucht müsst ihr zwei tassen wasser rein tun oder wenn ihr zwei tassen reis braucht nehmt ihr vier tassen wasser dann wird der reis al dente dann braucht ihr auch noch bouillon ein bis zwei würfel das ist egal macht wie ihr wollt und jetzt für den arancino gadanese zwei gehäufte esslöffel tomatenmark nochmal alles gut verrühren und wenn es dann kocht dann tut ihr das deckel drauf und tut es auf die kleinste flamme gar kochen lassen bis alles wasser aufgesaugt ist so wenig wie möglich drin rühren ab und zu schon gucken nicht das anbrennt aber einfach auf der kleinsten flamme dann kochen lassen das dauert etwa 20 minuten bis halbe stunde dann stellt ihr ab und dann tun wir erst den safran für die arancina palermidana rein immer erst danach weil ich habe das so gesehen dass so viele leute das am anfang schon ins wasser tun und das ist jammerschade für den safran da macht man ja den geschmack des safrans mehr oder weniger kaputt und safran ist doch ein luxus gewürz das sollte man auch etwas mit respekt umgehen und das ist eben für die arancina palermidana da brauchen wir den safran da wird der reis gelb und der klebt auch nicht so dieser kleib reis ist dann nicht so klebrig wie der reis für den arancino catanese und jetzt muss man den reis kühl stellen ich habe das im januar gekocht und das konnte ich gut herausstellen es war ja kalt jetzt machen wir die tomatensoße da brauchen wir olivenöl salz das gute alpensalz aus deutschland dann lorbeerblätter aus neviano schwarzen pfeffer dann meine tomatensoße grundsoße die ich zu hause gemacht habe dann zwiebeln das ist alles das gleiche für beide rezepte bis jetzt karotten für jeden topf eine karotte zwei stangen sellerie tomatenmark und erbsen dann für das arancina brauchen wir rinderhackfleisch und für den arancino catanese hackfleisch halb halb und ein schweinekotelett eigentlich sollte man auch noch rinderfleisch haben das man in stücke schneidet weil ein arancino catanese hat immer stücke fleisch drin das geht nicht nur hackfleisch das ist unmöglich aber wir fangen an mit dem was beide saucen gleich haben nämlich mit dem gemüse klein schnibbeln und klein hacken ich habe es durch die maschine gejagt das war am einfachsten denn so fritto machen mit sellerie karotte und zwiebeln das ist ja für beide gleich und ich habe mich da wirklich abgequillt auf google im internet und auf youtube dass ich so nah ran wie möglich ans rezept komme ans original rezept was auch immer original ist ich weiss nicht welches rezept älter ist welches dem original was auch immer das bedeuten soll entspricht weil die zwei städte streiten sich ja die eine sagt er sei das original und der andere sagt er sei das original auch mit der form ok dann hacken wir alles klein mein mann hat natürlich geschimpft dass ich wieder zu viel gemüse reingemacht habe aber die maschine hat es ja geschafft fast ganz und dann tun wir mal schön olivenöl in die pfanne in die schmorpfanne weil da streite ich mich auch immer mit meinem mann der deutsche der hat da andere ausdrücke als ein schweizer ich sage einfach pfanne oder bratpfanne höchstens noch und wir haben immer konflikte damit aber gut öl in die pfanne und dann tun wir die hälfte von dem gemüse einerlei in die eine pfanne und die andere hälfte in die andere pfanne übrigens links ist für die für den arancino catanese also die catania die soße für catania für den arancino catanese und rechts ist für die arancina palermidana also links machen wir die soße für machen wir die palermo für palermo die soße und ne rechts für palermo links für catania tun wir das etwas andünsten und wenn es ein bisschen farbe so angenommen hat das ist das händchen meines mannes gewesen dann tun wir in die soße für palermo tun wir das rinderhackfleisch weil da kommt wirklich nur rinderhackfleisch rein in das für catania habe ich mein schweinekotelettstückchen reingeschmissen eigentlich sollte man auch rinderstücke reinschmeissen und das hackfleisch halb halb lorbeerblatt für beide und dann lassen wir das mal ein bisschen anbraten das fleisch und hier will ich mich auch noch bedanken bei maggie sie lebt in rheinfelden ist eine sizilianerin ein ganz süsses mädel ganz hübsches mädel und sie arbeitet als kosmetikerin ab und zu gehe ich zu ihr und macht die pediküre und sie macht das sehr gut und wir haben über das rezept gesprochen und sie hat auch gesagt das ist eine grosse konkurrenz zwischen den beiden und sie hat mich eben auch gefragt tust du ins arancina palermitana weil sie kommt aus der nähe von palermo hast du da mozarella reingetan ich habe gesagt ja das habe ich gemacht aber man kann auch provolone käse reintun aber das kommt dann nachher nur als information und ich will einfach maggie grüssen und danken dass sie so offen ist und herzlich und so lieb und so toll immer meine füße macht passt zwar nicht ins rezept aber das ist ja jetzt egal ich finde sie ganz toll und ich grüsse auch noch stefania die dann wieder anfängt da in rheinfelden zu arbeiten ist auch ein italienisches mädel ganz süße mädel sind das ok ihr seht da habe ich da ein bisschen das fleisch angeröstet mit dem halb halb hack für catania und dem schweinefleisch stückchen vom kotelett auf und das braucht also nicht länger also beide soßen brauchen etwa gleich lang bei schweinefleisch ist schnell nochmal durch auch wenn es stückchen sind so und dann tun wir die selbstgemachte tomatensoße rein und diesmal tue ich kein wasser dazu weil die soße muss ziemlich dick werden ziemlich trocken schlussendlich weil das wird ja die füllung für die arancini nochmal gut rühren alles und das war auch viel zu viel für die paar arancinis die ich machte dann noch die tomatenmark dazu einen guten esslöffel aber ihr könnt den rest brauchen für zu spagetti essen ich habe es gebraucht um ravioli zu füllen das zeige ich euch ein anderes mal ich habe dann das ganze gemixt und gemanscht und dann ravioli gefüllt damit was auch lecker ist dann für jeden topf einen teelöffel pflegen pfeffer und anderthalb teelöffel salz dann wieder gut mischen alles dann deckel drauf und auf kleine flamme 1 bis 2 stunden kochen lassen nach 1 bis 2 stunden deckel weg gut rühren ab und zu natürlich ein bisschen gucken ob das gut kommt und jetzt schütten wir dann nachher gleich noch die erbsen dazu ich habe pro topf so 30 bis 40 gramm erbsen dazu geschmissen ihr könnt mehr oder weniger machen macht wie ihr wollt ich habe so gemacht dann habe ich aber den deckel nicht mehr drauf gemacht und habe das nochmal viertelstunde 20 minuten köcheln lassen damit das alles das wasser verdünstet und damit die soße richtig dick wird und danach muss man ja die soße auch abkühlen lassen bevor man das verarbeitet so seht ihr muss es aussehen und ist auch bereits schon abgekühlt so und das ist jetzt der Caciocavallo das ist der Käse den wir brauchen für den Arancino Catanese da machen wir kleine Stückchen draus und das ist die Mozzarella für die Arancina Palermitana ihr könnt aber auch Provolone gebrauchen so das ist unser Tool das ist die Basis die Basisform dann hier ist der Deckel den braucht man man muss es ganz genau so gebrauchen wie ich es zeige sonst funktioniert es nicht und das ist der wie soll ich dem sagen Stampfer Stempel aber ich zeige euch wie es geht ich habe aber zuerst für den Arancino Catanese habe ich das eingeschmiert mit etwas Olivenöl weil der Reis den ich mit der Tomatenmark gekocht habe der ist sehr klebrig sonst habe ich den Arancino kaum raus gekriegt dann füllt ihr das Ding das Grundmodul füllt ihr bis zum oberen Rand mit Reis nicht zu fest drücken nicht zu viel tut den Deckel drauf und das Teil muss auch noch eingeölt werden sonst kriegt man es fast nicht raus eben wie gesagt es sieht ein bisschen seltsam aus aber es funktioniert super dann rein drücken und raus und dann seht ihr dann habt ihr diese Form und dann füllen wir es mit Hackfleisch und weil das ja das aus Catania ist sind ja die Schweinefleischstückchen drin macht das mindestens ein Stückchen drin ist jeder Sizilianer aus Catania wird euch fast umbringen wenn ihr kein Fleischstückchen grosses drin hat dann füllt tut ihr auch noch ein bisschen Caciocavallo diesen Käse rein den findet ihr bei Sizilianischen Spezialitäten Geschäfte dann füllt ihr den Rest mit Reis auf und mit der Hinterseite von diesem Stampfer tut ihr es zudrücken dann nehmt ihr den Deckel weg und dann muss man ein bisschen schütteln aber dann kommt es gut raus und das ist die Form von Catania ich habe Backpapier genommen auf einen Teller gelegt und die drauf gelegt und die eine Stunde im Gefrierer stehen lassen dann kann man sie nachher besser verarbeiten dasselbe habe ich gemacht mit Öl eingeschmiert für die Arancina Palermidana ob schon das nicht so schlimm war dieser Reis war nicht so klebrig das ging besser aber am besten ist es wirklich wenn ihr es mit Öl etwas einschmiert dann wieder füllen bis zum Rand oben nicht zu viel nicht zu fest drücken Deckel drauf mit diesem Stampfer wieder eindrücken dass ihr eine Form kriegt damit ihr einen Hohlraum kriegt seht ihr zeige euch nochmal den Hohlraum und dann das Rinderhackfleisch die Rinderhackfleischsoße füllen Mozzarella rein und dann deckeln wie ein Deckelchen mit Reis zudecken das Ganze und dann mit dem Stempel der Hinterseite drauf und rein drücken und da das jetzt ja nicht rund ist ich habe es rausgenommen aber da es ja nicht rund ist habe ich es von Hand etwas bearbeitet damit es ein bisschen eine runde Form kriegt es war dann nicht perfekt so wie es sein sollte ihr könnt beim Arancinotto die verschiedensten und die verrücktesten Formen finden natürlich auch ganz original kugelrund für die Arancina Palermidana aber es gibt auch quadratische es gibt solche wie Kokons es gibt die verrücktesten Formen auch diese Arancina habe ich dann in die Gefriere gestellt für eine Stunde und nachher habe ich Wasser genommen 3-400 Milliliter Wasser und Mehl ich kann euch jetzt nicht sagen wie viel Mehl guckt selber ein bisschen wir machen da eine dünne wie sagt man dem einen dünnen Teig also dünner als Pfannkuchenteig weil das ist dann und ein Teelöffel Salz dazu da tun wir dann die Arancini zuerst rein tunken weil das brauchen wir ein bisschen Klebemasse sozusagen ihr könnt es auch mit Ei machen ich habe es so gemacht ich finde es so knuspriger also das und dann Paniermehl und nach einer Stunde habe ich die Arancinis rausgenommen zuerst habe ich angefangen mit Arancino Catanese diese mit der Spitze dann 1-1,5 Liter Sonnenblumenöl in die Pfanne und wenn man einen Holzlöffel rein tut der nicht nass ist trocken und es brutzelt so dann ist das Öl auf 180 Grad oben dann könnt ihr anfangen zu frittieren dann tunken wir den Arancino Catanese in diesen Teig in diesen dünnen und dann wenden wir das Teil in Paniermehl wenn man noch jemand hätte der geholfen hätte wäre es idealer gewesen aber mein Mann kann gut essen nur kochen kann der nicht und dann kann man das ganze frittieren und tut nicht mehr als zwei Arancinis gleichzeitig frittieren maximal und braucht etwa 3-5 Minuten je nachdem wie dunkel ihr es haben wollt dann könnt ihr es rausnehmen legt es auf einen Teller wo Küchenpapier drauf ist damit es noch etwas abtropfen kann und lasst sie 10 Minuten ruhen weil das kocht noch weiter die ganze Hitze geht noch rein und das wird noch heisser innen lasst sie einen wirklich 5-10 Minuten ruhen und dann erst öffnet sie sie werden immer noch brütend heiss sein und da seht ihr mein Mann hat nach 10 Minuten das unbedingt probieren wollen und der Käse der Cacio Cavallo der ganz speziellen Geschmack hat der sehr gut ist der hat schön Fäden gezogen genau so muss es sein und der Stolz jeder Sizilianerin ist dass kein einziger Arancino oder Arancina sich öffnet also wenn sich das öffnet ist es eine Schande und mir ist es gelungen es ist natürlich einfach mit diesem Tool ist es einfacher dass die Arancinis perfekt werden ohne dass sie kaputt gehen und sich beim Frittieren öffnen aber das ist das Wichtigste am ganzen Rezept also das haben sie mir in Sizilien gesagt und dann machen wir dasselbe mit der Arancina Palermidana wird auch frittiert auch 3-5 Minuten je nachdem wie braun ihr sie haben wollt und tropft sie dann auch ab auf Küchenpapier und die sind sehr schön geworden und waren sehr gut schaut wie es aussieht toll toll also hat es euch gefallen gebt mir ein Like ich wünsche euch viel Vergnügen beim Nachkochen Tschüss zusammen Ciao Ciao Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020